Musik 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 Wo sind denn die hellblauen Briefumschläge mit dem rot-blau-weiß? Ist ein Film drin? Ja! Mal alte Traditionen wieder aufleben lassen. Aus dem Buch findet mich das Glück. Marschiert neben mir ein Geist? Soll ich eine starke Lampe kaufen? Trägt sie eine Waffe? Ist meine Dummheit ein warmer Mantel? Musik Das ist die Eifel. Jetzt mal eine schöne Vorlage. Da freut sich deine Mama vielleicht ab. Du, 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 du. Wenn du jetzt was aufs Herz schreibst. Hast du da Lust drauf? Ja. Viele sind einfach doch zu schüchtern. Auch mal so ein bisschen eine Liebeserklärung an die Stadt schreiben bei dem ganzen mit dem Weltkulturerbe. Könnte man auch mal machen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. So. Ja, so sieht's aus. Wollen Sie auch einen Liebesbrief? Unbedingt. Mehrere sogar. Ich weiß gar nicht, wen ich zuerst schreibe soll. Das würde mich freuen. Wollen Sie auch einen Liebesritte machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Auf geht's. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das würde mich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020